Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7days 3 mit XoronTour. Hallo. Hallo. Und den Synapsen-Lager. Hallo. Hallo. Ist gerade eben wieder gestorben. Warten jetzt die DBs. Ach ja. Im dunklen Verläuft man sich ganz gerne mal. Ich habe jetzt die Kisten hier bisschen aufgeräumt. Jetzt ist tatsächlich bloß noch in einer Kiste ein Haufen Ramsch. Hier sind die Art-Ressourcen drin. Hier sind die Bücher drin. Hier ist Munition drin. So wie Papier. Papier deswegen wegen Dornobixen-Munition. Die anderen sind soweit leer. Die Kiste ist für die Wiki dann später. Hier haben wir die Nahrungskiste. Und eine Medizinkiste. Was macht denn die Munition in der Medizinkiste? Eieieiei. Da war ich bestimmt besoffen. So. Was wollt ich denn eigentlich machen? Achso ich wollte eigentlich hacken gehen. Ne mache ich jetzt noch nicht. weil ich brauche noch einen Löffel ab. Dachte ich. Genau. Hier hier. Achso. Da brauche ich dann hier mehr. Oh. Da ist er schon wieder gestorben. Aber Steine brauche ich auf jeden Fall. Das kann ich ja am besten. Natürlich. Hm? Du stirbst mehr als wie das irgendeiner Zombie-Skills hätte. Das wischt grad gar nicht. Warte mal. Hm. Ne. Das würd ich schon nicht sagen. Du bist bestimmt sieben, acht Mal schon mal gestorben oder? Zehn Mal. Na ja. Da lag ich ja fast dran. Mal gucken. Ist wohl auch hier PvE. Aber das macht doch nichts. Zehn Mal gestorben ey. Das muss man erstmal hinkriegen. Na ja. Nicht verzagen. Synapse-Fragen. Ne. Genau. Ja ich schlaufe jetzt hier. Ich schlaufe jetzt hier grad und planlos durch die Kante um Zombies anzutreffen. Aber ich hab wieder das Glück. Dann komm zu mir. Na ja. Ich find ich noch keiner. Ne. Ich hab hier genug. Ich will deine Spielfreundinnen wegnehmen. Weil dann heißt es ja wiederum, dass ich die Freunde wegnehme. Na ja. Sowieso. Der Zombie hat ja Gummibärchen gegessen. So wie der hier rumhüpft. Mhm. Hat so viele Klicksbergis geguckt. Das kann auch sein. Mhm. Könnt doch mal ein bisschen heller sein hier. Mach das Licht an. Dann siehst du mehr. So. Das dritte Vogelnest und Moorfedern drin. Im vierten Vogelnest vier Eier. So. Puh. Schön. Ja Eier brauchen wir noch. Ja das kannst du halt leider mal machen. Weil das nicht Zombies kaputt haben. So hier ist halt gleich die Wüste. Denn das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist gar nicht mal so verkehrt. So. Da ist noch Kaninchen aus dem Motel mit. So. Da ist noch Kaninchen aus dem Motel mit. So. Das Vieh ist gegen Kaktus gerannt. Na ja. Jetzt habe ich es verloren. Aha. Toll. Du bist es weg. Na ja. Wie kann. Wie kann es in der Wüste um diese Zeit die Sonne scheinen? Bei mir vom Bildschirm. Keine Ahnung. Hier ist es heiß. Synapsenplatzschau bei dir ist ein Zombie. Ja, ich habe es gehört. Der freut sich so sehr auf mich, dass der schon angerannt kommt. Das ist doch schön. Das machen wir kaputt. Habe ich doch. Es ist schon Tag 6. Oh, hier war schon jemand. Hier war überall schon jemand wo ich bin. Da ist noch einer. Und da ist ein Vogelnest. Also liebe Zuschauer, ich habe mir selber bei Molotow Cocktails gemacht. Für den Blutmont. Wenn man die Munition dann ausgeht, dann kann man wenigstens immer noch die Dinger werfen. Deswegen sollte der Synapsenplatzschau ja auch weiter Autos auseinander nehmen, was er natürlich nie macht. Ne, gerade geht aber gleich weiter. Ich kenn dich zu gut. Und ich weiß auch nicht, dass du die gerade nehmen hast. Und ich weiß auch nicht, dass du die gerade nehmen hast. Und ich weiß, dass du die gerade nehmen kannst. Ich weiß, dass du die gerade nehmen kannst. Ich weiß, dass du die gerade nehmen kannst. Einfach draufhauen. Hinrennen, draufhauen. Ohne erst drüber nachdenken. Da ist nichts mit hinrennen. Ich rede ja nicht von dir. Ich rede von mir. Da ist ein Zombie bei mir. Mit dem leg ich mich nicht an. Warum? Kannst du ja machen. Der will bestimmt mit dir schmusen. Ne, ich habe aber kein Bedarf. Für mich hat sich die Sache ausgeschmust. Will jemand mit in den unterirdischen Bunker hier? Na, ich bin zu. Oh, okay. Ich bin zu weit weg. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich zu weit weg bin. Aber ich war dort auch nicht. Oder? Ja. Und du musst mitgehen? Dann hat er gefragt, ob jemand mit will. Ach so. Es ist es so. Hörst du zu. Na ja. Das ist, wenn ich mich konzentriere, no? Du hast trotzdem noch keine Antwort gegeben. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Kann ich mich nicht... Ich schlag schon mal die Türen auf. No? Mach das. Ich kann mir dabei raus gelaufen. Ja. Ich hab's gesehen. Äh. Ihr könntet ja auch noch die halbe Stunde warten. Es ist Tag. Wegen? Da rennen die Zombies nicht, sondern gehen dann. Na ja. Ja. Wir haben's ja schon. Wir sind ja schon weg. Wo? Ja. So rannte unser Napsen-Klachtschuss gestorben. Ne, der rennt hier. Ja, aber ich seh's schon auf dem Bildschirm. Kannst du ja nie, weil ich hab noch 131. Geil. Pass auf, gleich geht's los. Klar, ist er toll. Türsteher, durfte ich mal bitte rein. Oh ja, klar. War grad am Nachladen. Ich hab's gemerkt. Ach, hier sind wieder in den ganzen Vogelnesten wieder nur Federn. Das wird langsam echt zu einer Belastung. Ja. Und immer dann, wenn du sie brauchst, findest du... Ja. Das stimmt. Oh Gott. Voll daneben geschlagen. Da warst du nicht durch. Ach so. Ich bin da draußen. Okay. Ach, da war noch einer. Oh, ein gelbes Section. Noch ne Pistole der Stufe 2. So schön. Ach so. Ich hab ja hier auch. Es killt Punkte. Ehh. Das würd's schon ja gerne machen. Gibt's hier bloß die eine Etage? ich bin jetzt einmal komplett im kreis gerannt da werden wir jetzt mal hinlaufen wir kriegen besuch glaube ich das ist auch so ein militär ding davon oder vielleicht geht es von draußen in den keller es einmal die kinder heme ich habe meine schaukel nicht dabei hier ist der weg na geil viermal messpächer das ist netzern und da ein pass ist eine tür stehe ich gerade davor die wird sie jetzt nicht mit der donnerbüchse aufmachen oder die sind alle offen ok sag mal aus als wolltest du die mit der donnerbüchse aufmachen nein das ist alles offen hier ok wenn du auf ein, zwei Türen kannst du auch ums Spiel laufen hmm gleich geht das los der Verlauf ist gleich ohja ohja da ist neuer ja warum machst du das tun Oh, da sind ja noch mehr. Ja, ganz viel, sag ich doch. Schockstaub. Oh! Die Tür ist zu. Ja, ich seh's grad. Da müssen wir um zu laufen, da gehst du hier um zu. Aber komm mal. Ah, warte mal. Ah, hau du mal, ich lau um zu. Was? Ich lau um zu. Weil jetzt kommst du von oben auch rüber? Ja, sag ich doch, kannst auch zu laufen. Ach so, da kann ich mir das gekloppelt bauen. Sag ich doch. Kannst auch über die Treppe, genau. Nö, wir sind krankenschwestern. Komm schön. Da kann ich jetzt. Ach so, die Mott hab ich grad nicht dabei. Hm. Ich bin schon wieder mit 19 überladen, ey. Na, schmeiß doch mal den Samenkram raus. Hab ich schon gar nicht drinnen. Das Maismehl raus. Das brauch auch keiner. Hab ich auch fehlen's. Und tschüss. Ich hab mal haugenweise Bücher. Ja. Erstmal luken, luken, luken. Ne? Gleich, gleich kommt der schöne Teil. Was kommt gleich? Der schöne Teil, wo die ganzen guten Sachen sind. Aha. Ja. Da freut mich ja schon. Ach so, warst du jetzt grad hier drinnen? Ja, ich hab auch nicht nachgeladen. Da sind wir. Oh, wir sind Soldaten. Oh. So. Das wird schwer. Waren. Ach man. Komm weg. Schön, schön. So, looten. Hier sollst du looten. Okay. Oh. 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 Cool. Haha. Das war gut. Jetzt hab ich endlich mal ne vernünftige Waffe, ey. Hallo. Ja. Oh. 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 hier oben hast du eine kiste vergessen das musst du mal nehmen ich habe kein plan der arbeiterkiste hier ja wenn die hier hier genau die laborkiste besser sagt hier ist ein unterschrank hier wird es in schraubenschlüssel habe ich 2 stupe 2 ok die drei jahre ich sogar doch wo ich gebe dir noch ein buch der von buch ich kann gerade nicht aufnehmen voll in die kiste ich lege ganz erlesen ich lege sie in die kiste hier vorne auch was wir drüber in die pappkarton da auch so du musst erst mal entlernen und dann gehen wir weiter ich wollte eigentlich so mit den fähnchen laufen so ich kann ja mitnehmen wow nee ich schwatte nie ja ist ja gut kack mich nie so voll wie viele fertigkeitspunkte brauch ich jetzt dafür 3 punkte so gut ich würde jetzt erst mal wieder heben machen nicht entladen mit ihr könnt man hier schneller entladen ok hier kommen wir nach oben haben das erde weg dann sind wir draußen ok ok kommst du mit oder bleibst du nur hier da war doch gerade noch ein zimpe oh ja du pudo 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 nisch watten in ja So. Jetzt. Ja, ne? Könnt ihr mich hören? Ja. Tja, ich war grad back, irgendwie hat das Ding. Habs gehört. Erstmal Papier. Ja, 637 Stück. Gib mir mal ein bisschen ab. Kannst du gerne alles haben. Ja, dann bring ich den Rest nachher wieder mit. Sehr schön. Da hab ich schon mal wieder zwei, drei. So, ich fahr jetzt erstmal heben. Ja. Hey, wieder nur Federn hier in dem scheiß Neste drinnen. Federn, Federn, Federn. Aber gehen eher. Scheiße. Nein, ich warte nicht. So. Du bist gestresst. Du bist gestresst. Du wirst die ganze Zeit, ich will heben, ich will heben, ich will heben. Naja. Ich musste bloß gerade auf der Karte gucken, weil ich ja meinen Schlafsack neu gesetzt hatte. Ja. Deswegen hab ich die Homebase auf der Karte markiert. Nein. Deswegen hab ich ja gerade gesagt, musste ich gerade mal auf die Karte gucken. Ohne. Das siehst du oben auf dem Kompass. Naja, das hab ich aber nicht gesehen. Da musst du deine Lübschis aufmachen. Du bist gestresst. Du bist gestresst. Häh? Wie kann ich mit 19 überladen sein, wenn ich ein paar Karte so voll hab? Hast du Malus? Nee. Hast du irgendwelche? Malus meinte ich mit Staluseffekt? Nein. Dann guck mal auf deine Charakter rein. Ja, muss ja irgendwas stehen. Überlastet mit 19? Ja gut, durstig. Und daran liegt's bestimmt. Naja, da kriegt er was zu trinken. Unfassbar. Ne, ja. Unfassbar. Ich hab wirklich hier Lederpressbranzer Stufe 2. Für mich? Natürlich, da hast du bloß die Stufe 1. Nee, ich hab das Stufe 3. Gut. So, also durstig ist er jetzt nicht mehr, ist aber trotzdem überlastet. Dann musst du mal gucken woran's noch liegt. Das ist gut, du. Xoronto, brauchst du noch einen Lederbrustpanzer Stufe 2? Ja, ich hab gar keinen Brustpanzer. Alles klar schon. Ach, ich brauche hier zu. Achja, achja. Ach. Ist der Typ wieder nur am meckern und schimpfen und nur geschehen. Ja. Bei mir muss alles reibungslos funktionieren. Aber nicht bei 7 Tagen, wo leibs du? Haha. Oh, hau ab du Vogelfieh. Ach nee, schwimmen will ich jetzt auch nicht. Ach nee, Spartsabletten möchte ich ein paar mitnehmen. Und für Vicky dann auch noch. So. Seit wann, seit wann können die Vögel ins Wasser? Seitdem Zombies schwimmen können. Irgendwann nicht mehr eins helle in der Birne. Es ist sowieso ne schlechte Idee ins Wasser zu gehen. Zumal die Zombies ja auch schwimmen können. Zwar nur am Erdboden, aber das macht ja erstmal nischt. Ich weiss, aber mir blieb ja gerade nischt anderes übrig. So. Oh, da ist noch einer. Siehst du, ich sag doch, der Synapsenklatt ist gestorben. Ich wusste es. Ich hab's, von Anfang an hab ich das gesagt. Ja, du mich auch. Ja, du mich auch. Jetzt holst sprach hier. Ich hab's, von der Mieze-Karte weg. Und ich seh mich da. Ach, so da. du den mal auf der Karte markieren, du den mal teilen, da hole ich das Fahrrad dort raus. Und da komme ich mit dem Fahrrad zu dir. Und dann liebe Zuschauer, das seid ihr dann in der nächsten Folge. Ich werde das dann hinlatschen. Wir sind ja auf der Karte anzeigen. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Liken, abonnieren, würde mich freuen, kommentieren, vielleicht auch eventuell. Muss ich mal gucken, wie ich mich fühle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüssi.